Cora Schumacher will ihren Ruf wiederherstellen. Nachdem Ralf Schumacher seine Beziehung zu Etienne öffentlich machte, fühlte sich Cora verletzt. Sie behauptete, nichts von Ralfs neuer Liebe gewusst zu haben. Ralf stritt das jedoch ab und Cora geriet unter heftige Kritik. Nun kontert sie mit einem Screenshot eines Chatverlaufs. In einer Nachricht vom 17. April 2022 fragt Cora, Doch zu diesem Zeitpunkt waren er und Etienne schon ein Paar. Vor wenigen Tagen teilte Ralf einen Screenshot, in dem Cora ihm und Etienne gratuliert. Cora betont, das sei ein Versuch gewesen, die Wahrheit herauszufinden. Sie kritisiert, dass Ralf private Informationen preisgegeben hat. Jetzt fühlt sie sich genötigt, ihren Chatverlauf zu veröffentlichen, um ihr Bild in der Öffentlichkeit zu retten. Auch Coras Mutter Ingrid Brinkmann äußert sich und nimmt Cora in Schutz. Sie bestätigt, dass ihre Tochter nichts von Ralfs Sexualität wusste. Ingrid betont, Cora habe Ralf aus Liebe geheiratet. Gerüchte über eine arrangierte Ehe weist sie entschieden zurück.